guten morgen es hat ein bisschen geschneit und ich bin bereit 9 uhr tag nummer sechs let's go nach straubing im 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 Da war ich gerade drin beim Frühstücken. Oh, war das gut. Ich habe so ein, keine Ahnung, Frühstück Las Vegas hat das geheißen. Spiegei, Speck, alles was dazugehört. Gutes Leben, gutes Leben. Ja, hallo. 80 Quadratmeter für mich allein. Oh, ist das geil. Psst, leise.